Kein Abseits von Schahan. Schahan! Was für ein Tor von Holstein Schahan! 1 zu 1, 60. So ist das passiert, weit davon entfernt im Abseits zu stehen. Und dann kommt Piszczek nicht mehr so ran, dass er den Ball klären kann. Und Tiffert, letzte Saison, ja ohnehin der beste Vorbereiter der Bundesliga, hatte bei diesem Treffer seinen Fuß mitentscheiden im Spiel. Aber ich sage Ihnen eins. Und dann kommt Piszczek nicht mehr so ran, dass er den Ball klären kann. 60. Klopp. Und was für ein Tor von Holstein Schahan! 1 zu 1! So ist das passiert, weit davon entfernt im Abseits zu stehen. Kein Abseits von Schahan. Schahan!